Dell Power Manager gibt Ihnen die vollständige Kontrolle über Ihre Akkueinstellungen, um die Akkulaufzeit Ihres Systems zu maximieren. Dieses hilfreiche Tool verhindert Überhitzung und Leistungseinbußen und benachrichtigt Sie über Probleme mit dem Netzteil, dem Akku und so weiter. Um Dell Power Manager zu installieren, öffnen Sie einen Webbrowser und gehen Sie zu dell.de-support. Identifizieren Sie Ihr System automatisch oder durch Eingabe der Service-Tag-Nummer. Klicken Sie auf Treiber und Downloads und dann auf Einblenden, neben Zugriff auf die vollständige Liste der Treiber und Downloads für Ihr System. Wählen Sie Ihr Betriebssystem und stellen Sie die Kategorie auf Systemverwaltung ein. Scrollen Sie nach unten und laden Sie Dell Power Manager Service herunter. Öffnen Sie die Datei, wenn der Download abgeschlossen ist, um das Update zu installieren. Starten Sie den Computer neu, wenn der Vorgang abgeschlossen ist. Um Dell Power Manager zu öffnen, klicken Sie auf die Schaltfläche Start, geben Sie Dell Power Manager in die Suchleiste ein und öffnen Sie das Ergebnis. Dell Power Manager verfügt über einige wichtige nützliche Funktionen. Die Akkuinformationen zeigen Gesundheitsinformationen für bis zu sechs installierte Batterien an, abhängig von den Systemfunktionen, und bieten die Möglichkeit, benutzerdefinierte Akkueinstellungen zu bearbeiten oder zu erstellen. Die erweiterte Aufladung steuert das Laden des Akkus, um die Lebensdauer zu verlängern. Die Temperaturverwaltung steuert die Prozessor- und Lüftereinstellungen, um Leistung, Systemoberflächentemperatur und Lüftergeräusche zu regeln. Der Akku-Extender spart die Akkuladung, indem er den CPU-Leistungspegel, die Bildschirmhelligkeit und die Tastaturbeleuchtung beeinflusst und den Ton stumm schaltet. Und schließlich ermöglichen Ihnen die Warnungseinstellungen die vollständige Kontrolle über Benachrichtigungen sowie die Option, diese auf Standardwarn-Einstellungen zurückzusetzen. Wenn Sie Hilfe benötigen oder Fragen zu Dell Power Manager haben, kontaktieren Sie uns über soziale Medien, damit wir Ihnen helfen können. Abonnieren Sie und sehen Sie sich auch andere Videos auf unserem Kanal an, um weitere hilfreiche Dell-Support-Inhalte zu erhalten.